Musik Hallo, wir sind heute hier bei der Silent Climate Parade und wir werden für einen konsequenten Klimaschutz tanzen. Dabei sind wir leise über die Kopfhörer, dort hören wir Musik, aber unsere Forderungen werden trotzdem lautstark sein. Musik Auf wundervolle Art und Weise werden wir so zu dem Wandel, zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beitragen und garantiert ganz viele Menschen in der Stadt auf dieses Thema und auf uns aufmerksam machen. Also viel Spaß beim Video. Musik Lasst uns aufstehen und rebellieren. Lasst uns unsere Rechte einfordern und selbstständig ein solidarisches, nachhaltiges Miteinander ermöglichen. Musik Ich fand es richtig super. Ich fand die Gesellschaft hier, also die Gemeinschaft war richtig toll, weil es war einfach, man fühlt sich jetzt so richtig stark, so richtig empfowert. Das zeigt einem hier einfach so, wie eine bessere Welt aussehen könnte, finde ich. Und auch gerade die Die-Ins hat einfach gemerkt, wir sind so viele und wenn wir noch mehr werden, dann können wir so viel bewegen, dann können wir weitere Sorgen machen. Musik 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 Das war's. Die Musik war super, das heißt es hat tatsächlich richtig Spaß gemacht und trotzdem war es halt auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, also es wurden immer wieder Ansagen gemacht, Statements verlesen, dass es tatsächlich auch um was geht und zwar um alles, ums Klima und da waren die Leute auch alle sehr dabei, haben zugehört und ich glaube da ist echt was rübergekommen und deswegen fand ich es ziemlich cool. Es war cool, ihr seid der Hammer! Jedes Jahr immer wieder Silent Climate Parade, wir tanzen auf Straßen. Klimaschutz jetzt, sofort! Die Lerner, auf dem Staten Planet Parade! Die Wadden, die Wadden, die Wadden! Die Wadden, die Wadden! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.